Joach, willkommen zu einem neuen Video. Es war frohe Weihnachten an euch alle und ich habe mir gedacht, jetzt zu Weihnachten verlose ich einfach dreimal 20 Euro PSN bzw. Xbox, was auch immer ihr haben wollt. Um mitzumachen, müsst ihr einfach nur einen Kommentar schreiben und euren Instanamen dazu, damit ich dann die Gewinner anschreiben kann. Die Gewinner werde ich dann auch im nächsten Video nochmal erwähnen. Und ja, hier ist der Shop von heute. Es gibt einen neuen Skin. Ich finde den absolut hässlich und keine Ahnung, was er für Füße hat. Und ja, auf jeden Fall. Mich hat jemand auf Instagram geschrieben, der hat ungefähr 2300 Wins. Ich blende euch das auch nochmal hier ein. Und er ist anscheinend neun, hat er gesagt und hat mich nach einem 1 gegen 1 gefragt. Er hat auch einen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch mal in der Beschreibung. Der streamt, glaube ich, jeden Tag. Ich bin auch mega oft dabei. Also ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, wir haben dann auf jeden Fall ein 1 gegen 1 gemacht im Kreativmodus. Ja, schaut euch einfach an, was passiert ist. Und ja, los geht's. So, hi. Was geht's? Hallo. Nichts bei dir. Auch nicht viel. Oh, du hast den Niederlanden Sky Trooper. Das heißt, du spielst jetzt Season 1, oder? Ja, das ist richtig. Ah, ja, ja. Ich habe gehört, du willst ein 1 gegen 1? Gegen mich? Ja, genau. Okay, wollen wir das im Kreativmodus oder ins Spielwiese machen? Hm, Kreativ ist besser. Okay, also machen wir blauer Air und blauer Pamp? Äh, ja. Äh, lasst Best of Five machen, oder? Also wer als erstes den anderen 3 macht? Okay. Okay, also ich werde es so aufeditieren und dann bauen wir uns hoch und dann... Ich glaube, du weißt, wie es geht, oder? Ja, habe ich, glaube ich, schon mal mit meinem Freund gemacht. Ah, ja. Äh, um mit runterschießen oder ohne? Das ist einfach mitmachen, ist eh ohne Falscher. Okay, ähm, bist du bereit? Äh, ja. Okay, 3, 2, 1. Nein. Fuck. Fuck. Alter, fuck, warum bist du so gut? Nein. Hä? Nein. Ist untergefahren. Was? Au. Okay, du hast auch gute Hits bekommen. Yeah. GG. GG. GG, gut gespielt. Also. Ja, ich bin bereit. Oh, warte. So. 3, 2, 1. Nein. Nein, ich... Sepp. 9, 7, 1. 9, 8, 8, 8, 9, 8, 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 16, 15, 16, 16, 17, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, Laschet. Hä? Ich bin einfach ein Rentenüblob. Nein, ich bin runtergefallen. Mist. Nein. Gigi. Gigi. Okay. Drei, zwei, eins. Ein. Eh . Tut mir echt läuft. Wie ist das mit Nicole drin? Ey, das war unfair. Es war Glück. Lass nochmal machen. Drei, zwei, eins. Wow. Ich gebe ihm die mit Rumpaschen zu lassen. Hä? Äh, was macht, was macht ihr? Nein! Nein, ich bin runtergefallen. Okay, gut gespielt. GG. Ey, können wir bitte noch eins machen? Das ist auch das letzte. Ja, okay. Noch eins. Danke. Ja. Nein. Hä? Ja. 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 so das war es auch schon mit dem video mit dem neunjährigen pro willst du noch was sagen also ich hoffe euch hat's für die gefallen falls ja könnt ihr gerne noch um da lassen und vergesst nicht zu abonnieren um nichts mehr zu verpassen und ja bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.